Hallo, in diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie du dir ein improvisiertes kurzes Paddel herstellen kannst. Und zwar finden wir das einmal bei Handwerk in der Handwerksliste. Unter Gegenstände, hier das zweite Teil, ist das improvisierte kurze Paddel. Und dafür brauchen wir einmal einen langen Holzstock, zwei Holzbretter, vier Nägel und ein Schneidewerkzeug. In meinem Fall jetzt eine Metallsäge. Ihr könnt aber auch zum schönen Steinmesser oder ein anderes Messer verwenden. Ich werde jetzt als allererstes einmal den Holzstamm zersägen. Also einfach in Holzbretter zerteilen. Dann können wir als nächstes hier den Busch zerteilen, damit wir den langen Holzstock bekommen. Und die Nägel, die habe ich bereits in meinem Rucksack. Und dann können wir das schon mal herstellen. Und das landet natürlich gleich wie immer auf dem Boden. Und schon ist es fertig und wir können es mit Doppelklick einmal ins Inventar aufnehmen, sofern wir Platz haben. Jetzt nochmal, zack, so. Jetzt ist es hier bei mir auf dem Rücken gelandet. Und wir können damit zum Beispiel das Floß steuern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!